Guten Tag, mein Freund. Ich finde das nicht ganz gut. Jetzt kommt mein Bruder. Hallo, ich bin der kleine Bruder von Ihnen. Und zwar, ich finde das absolut scheiße. Mir haben sie 30% vom Arbeitslosengeld abgezogen. Und nur, dass wie eine Merkel da wieder einen neuen Mercedes kaufen kann, ich habe noch 20 Euro. Für den ganzen Monat, für den ganzen Dezember. Mehr habe ich nicht. Guck da hin. Da liegt das. So. Mehr habe ich nicht. Und ich finde das so scheiße, dass der kleine Arbeitslose abgezogen wird. Aber die ganzen Leute, die arbeiten, die brauchen keine Steuern bezahlen. Die brauchen gar nichts bezahlen. Aber ich, ich als kleiner Arbeitsloser, ich muss die ganze Scheiße bezahlen. Wovon? Wofür? Was soll die Kacke? Ich kann rückwärts aus der Hose fahren. Das regt mich so auf, ey. Hier 20 Euro. Für einen Monat, ey. Für den ganzen Dezember. Für Weihnachten. Für alles. Mehr habe ich nicht. Aber die ganzen Politiker, die haben die Taschen voller Kohle. Und ich habe gar nichts. Ich komme verhungerlich im Schlaf. Gut. Und mein Bruder. Das kann nicht angehen. Das kann nicht angehen. Mein Bruder. Der hat gar nichts, hat der. Verstanden? Mein Bruder hat gar nichts, ey. Gucken ihn an. Wir haben nur noch 20 Euro. Für den ganzen Monat. Für den ganzen Monat haben wir 20 Euro. Davon kann ich nicht ficken. Davon kann ich mir kein Blasen lassen. Gar nichts. Ich kann gar nichts damit machen mit 20 Euro. Ich kann mir noch ein bisschen Toastbrück kaufen und eine schleppe Wurst. Das war's dann auch. Mehr habe ich nicht. Aber die anderen scheiß Politiker, die wissen gar nicht wohin mit dem ganzen Scheißgeld, ey.